Stell dir vor, du würdest ein Leben geschenkt bekommen. Was würdest du damit machen? Wie würdest du dieses Leben verbringen? Was würdest du erschaffen? Wer würdest du sein wollen? Welche Träume und Visionen würdest du realisieren wollen? Was würdest du endlich heilen und loslassen? Was würdest du in deinen Beziehungen, in deinem Beruf, in deinen Finanzen oder vielleicht gesundheitlich ändern? Diese Frage wurde mir auch vor vielen Jahren gestellt und in dem Moment habe ich realisiert, dass ich gerade weder das Leben lebte, das ich eigentlich leben möchte, noch dass ich der Mensch war, der ich eigentlich sein könnte. Die wichtigste Entscheidung, die ich damals getroffen habe, war der Stimme zu folgen, die gesagt hat, hey, da ist noch so viel mehr, was auf dich wartet und ich verstanden hatte, dass meine innere Welt immer meine äußere Welt erschafft und dass sich alles verändert, wenn ich beginnen würde, meine innere Welt zu ändern. Schließ einmal für einen Moment deine Augen und stell dir vor, dass du heute ein neues Leben geschenkt bekommst, das von Liebe, Wundern und Möglichkeiten geprägt ist. Stell dir vor, dass all deine Probleme gelöst sind und dass du darin vertraust, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dass du für deine Träume und Visionen losgehst. Stell dir bitte dein Leben voller Selbstvertrauen, voller inneren Frieden und voller Mitgefühl und Liebe für dich selbst vor. Stell dir ein Leben vor, in dem du vollkommen mit deiner Schöpferkraft verbunden bist und dein Licht kraftvoll in die Welt strahlst. Um dir genau dieses neue Leben zu erschaffen, habe ich die Rise Up in Shine Uni entwickelt. Sie ist dein Neuanfang. Sie ist der Start in dein neues Leben, denn es gibt keinen Grund, länger zu warten. Über 10.000 Menschen haben schon an der Rise Up in Shine Uni teilgenommen, sind ihrer Intuition gefolgt und sind für ihre Träume losgegangen. Die Rise Up in Shine Uni ist ein einmaliges und tief transformierendes 4-Wochen-Live-Online-Coaching-Programm, das dir dabei hilft, die Stimme zu stärken, die dir sagt, hey, da ist noch so viel mehr, was auf mich wartet. Denn diese Stimme hat recht. Du wirst ein kraftvolles und liebevolles Higher-Self-Mindset entwickeln und mit einer völlig neuen Energie durch das Leben gehen. Und das Beste ist, du bekommst Zugang zu der wundervollen Rise Up in Shine Community, die sich gegenseitig dabei unterstützt, in ihre ganze Kraft zu kommen und die gemeinsam diesen Weg geht. Die Rise Up in Shine Uni startet am 31.12. und ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir gemeinsam in das neue Jahr starten und du dir das größte Geschenk machst, das du dir selbst machen kannst, glücklich zu sein. Es gibt keinen besseren Moment als jetzt. Dein Leben wartet auf dich. Rise Up in Shine, deine Laura. Das ist ja, deine Frau. Das sind nur eine große Gemüse. Dieite Natalik-Programm und die Glocke-Chief-Yeah-Hovere sind noch nicht so gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020